Diese Welt wäre ein Stück schlechter, ohne all diese Ehrengesichter aller Menschen, die Gott zu Ehren Großes verrichten auf Erden. Diesen Menschen tue ich Respekt widmen, an äußern diese Worte gerichtet. Im Vergleich zu euren Taten ist das hier eine kleine Geste. Ich wollte Danke sagen, Danke an all diese helfenden Menschen dieser Welt, die in meinen Augen Großes verrichten. Ihr seid in Wirklichkeit die Stars dieser Weltgeschichte und euch sollte gebühren der Ruhm, denn eure Geschichten schreiben Großes tun, helfende Hände für all diese Menschen, denn ihr Helfer im Nord seid ihr lebende Legenden, weil eure Herzen sehen, nicht nur die Augen, die eure Taten, die euren wahren Glanz, der eure Seelen zeigen. Sind unbezahlbar für all diese Herzen, unbezahlbar für all diese Menschen, kostbarer wie Gold. Danke an alle Helfer dieser Welt im Nord. Danke an alle Helfer dieser Welt. Danke an alle Helfer der Welt. Danke an alle Helfer dieser Welt. Danke an alle Helfer diesen Sieg und hungern, ändern die Christen ablässend. Danke an alle Helfer dieser Welt am Untertitelung des ZDF für funk, 2017